Yo, was geht ab? Wir haben Donnerstag, den 9.11.2017. Es ist irgendeine Uhrzeit, ja. Wir sind hier in Wiesbaden, liebe Leute. Wir sind hier in Wiesbaden. Wir waren halt davor gerade auf der Straße. Ich bin hier ein bisschen so am Filmen. Ja, weil hier mein guter Freund der Mio, der macht ein bisschen Musik hier. Und ich lasse ihn hier quasi jetzt ein bisschen, ja. Arbeiten für uns beide, ja. Damit wir später was Schönes zu essen haben, ja. Weil er singt hier ganz fein, guck mal. Will er sing? Dankeschön. Ja. Ich werfe dich in jeden meiner Schritte. Vielen Dank. Und ich führe dich, wohin du will. Ja, und die Leute kommen. Die Leute kommen. Wir legen Geld rein ohne Ende, ja. Wir machen hier Geld ohne Ende. Guckt mal, ja. Guckt mal, ja, Leute. Guckt mal. Ja, die ganzen Szenen habe ich schon rausgenommen. Ihr wisst gar nichts. Also, ich lasse ihn hier richtig für uns arbeiten. Ich chill hier mein Leben. Super. Und es ist wunderbar. Besser geht's nicht, ja. Nein, geht's nicht.